Ein guter Arzt, aus Sicht der Geschäftsleitung, ist einer, der nach Verweildauer arbeitet und positiv wirtschaftet, also in die Einrichtung hineinbringt. So kann es natürlich vorkommen, dass die Anzahl der Tage des Aufenthalts des Patienten in Krankenhäusern nach Verweildauer gesteuert wird, um den höchstmöglichen Erlös pro Bett zu erwirtschaften, sodass die eine oder andere unnötige Untersuchung oder auch Knie-OP noch zusätzlich zu allem anderen durchgeführt werden kann. Die vollständigen Krankenhausleistungen werden nach dem DRG-System in Klammern diagnosebezogene Abrechnung vergütet. Jeder DRG ist im Fallpauschalenkatalog ein Relativgewicht in Klammern Faktor zur Bemessung der Höhe des DRG-Erlöses Schrägstrich Rückvergütung zugeordnet, das den Ressourcenverbrauch im Verhältnis zu anderen DRGs in Klammern Äquivalenzziffernrechnung darstellt. Der DRG-Erlös ermittelt sich wie folgt. Der Bundesbasisfallwert mal Relativgewicht ist gleich DRG-Erlös. Der Bundesbasisfallwert beträgt für das Jahr 2021 3.679,62 Euro. Mit dem DRG-Erlös sind die allgemeinen Krankenhausleistungen abgegolten. Es gibt eine untere, eine mittlere und eine obere Verweildauer. Bei Überschreitungen der oberen Grenzverweildauer, in Klammern OGVD, kommt es zu Zuschlägen. Bei Unterschreitungen der unteren Grenzverweildauer, in Klammern UGVD, zu Abschlägen. Ökonomisch am sinnvollsten ist die Entlassung des Patienten im Bereich der mittleren Verweildauer, in Klammern MVWD, soweit dies medizinisch möglich ist. Die mittlere Verweildauer liegt in der Zeitspanne vom dritten bis 18. Tag, in Klammern, Vergleiche Bibau-Faulhaber-Gerkens, die Prüfung der Fachwirte im Gesundheits- und Sozialwesen, NWB-Verlag. So müssen die Krankenhäuser unter einem enormen Wettbewerbsdruck wirtschaften und sind gezwungen, eine gute Marketingstrategie zu verfolgen. Hierzu zählt unter anderem eine intensive Marktanalyse mit einer Marktwachstumsanalyse im Dienstleistungsbereich. Die Krankenhäuser sind sich deren Bedeutung bewusst und haben ganze Marketingabteilungen eingesetzt, die die Konzepte entwickeln und umsetzen. Wo ist gerade eine Marktlücke im gesundheitsmedizinischen und operativen Bereich vorhanden? Und wie lassen sie sich bedienen? Wo können Dienstleistungen angeboten werden? Was ist lukrativ? Wo bieten sich Kooperationen an?